Hallo meine lieben Freunde von altem Playmobil. Heute gebe ich euch einen Überblick über die ersten Fahrzeuge. Ich beginne mit den LKWs, im Mittelteil zeige ich euch die PKWs und am Schluss stelle ich euch die Kleinbusse vor. Die ersten Fahrzeuge von Playmobil sind mit einfachen grauen Kunststoffrädern herausgekommen, mit einfachem Querprofil auf einer Metallachse montiert und innen hohl. Als im November 1978 die LKWs der zweiten Generation mit Gummireifen auf den Markt kamen, passten die alten grauen Plastikreifen einfach optisch nicht mehr dazu. Deshalb wurden ab 1979 auch die alten Fahrzeugmodelle auf Gummireifen umgerüstet. Bis auf einzelne Ausnahmen hatten alle eine weisse Felge. Alle Playmobil Fahrzeuge hatten auf ihren Kühlergrill das Geobra Logo. Der erste LKW, der auf den Markt kam, war der Bau-LKW. Er kam zu Beginn 1975 heraus. Er hatte eine kippbare Ladefläche, wo innen, aussen und hinten Werkzeug und Verkehrszeichen angesteckt werden konnte. Die Verpackung war noch im 74-75 Design mit einem Piktogramm an der Vorderseite, ein Foto mit dem Inhalt. Der Inhalt war noch an der Stirnseite als Strichzeichnung abgebildet und auf der Seite gab es verschiedene Spielideen für das Auto. Der Bau-LKW war in verschiedenen Verpackungen und Sets bis 1983 im Sortiment. Im Jahr 1999 kam der Bau-LKW nochmal heraus als Jubiläumsausgabe im Direktservice für 25 Jahre Playmobil. Im Jahr 1976 gab es zwei neue LKWs, das Polizeiauto und das Feuerwehrauto. Playmobil war ziemlich stark auf den Export orientiert, deshalb waren diese ersten zwei LKWs ausschliesslich mit englischen Beschriftungen versehen. Der Polizei-LKW war ein Planen-LKW, wie er noch in den 80er Jahren für Mannschaftstransporte im Militärbereich verwendet wurden. Auf der Ladefläche waren zwei Bänke eingehängt. Ich habe hier sechs Bereitschaftspolizisten hineingesetzt. Der zweite LKW von 1976 war das Feuerwehrauto mit grauem Aufbau und grauer Leiter ohne Glocken. Im Jahr 78 wurde das Feuerwehrauto erneuert, wie man auf der Packung sieht, zuerst noch mit grauen Reifen, die dann auf Gummibereifung umgestellt wurden. Man sieht, dass man sich bei der Verpackung nicht viel Mühe gegeben hat. Die neue Verpackung von 78 hat auf den Seitenteilen noch das alte Auto von 76 abgebildet. Das neue Feuerwehrauto von 78 war das erste Set, das ich als Kind zu Weihnachten bekommen habe. Ich kann mich noch genau erinnern, dass die Aufkleber in verschiedenen Sprachen beilagen. Die Farbe war ein etwas helleres Neonrot, ebenso der Aufbau. Die Leiter war gelb und es waren Glocken vorhanden. Dieses klassische Feuerwehrauto wurde im Direktservice im Jahr 2005 wieder aufgelegt. Dieses habe ich mir selbst im Fun-Shop in Zirndorf gekauft. Im Jahr 76 schließlich kam noch ein weiterer Bau-LKW heraus ein gelber LKW mit einer Kippmulde, die man auch abkippen konnte. Die Bauarbeiter hatten seltene gelbe Helme. Der letzte LKW, der noch herausgebracht wurde, war eine Sonderausgabe im Jahr 1979, die nur in bestimmten Kaufhausketten erhältlich war. Es war ein Zirkus-LKW mit einer orangen Plane, die etwas niedriger war als die von Polizei-LKW. Das war der einzige LKW mit einem grauen Unterbau. Das Set wurde mit dem seltenen grünen Käfigwagen geliefert. Während es bei den LKW nur ein einziges Modell gab, gab es bei den PKWs mehrere unterschiedliche Ausführungen. Die älteste Ausführung hatte innen nur die Aufnahmen dreimal für Werkzeug, einmal für Feuerlöscher. Die zweite Version bekam für das Rallye-Auto noch weitere Einstecköffnungen für einen Überrollbügel und für eine Hutablage. Die erste Version war noch ohne Antennenanschluss. Die dritte Version bekam dann noch einen Anschluss für eine Funkantenne. Die vierte Version der PKWs schliesslich hatte für den Beifahrer noch einen Halter, damit sie fester am Sitz blieben und nicht verrutschten. Im Jahr 1977 kamen vier unterschiedliche PKW heraus. Einer davon war der Polizei-LKW, in bundesdeutschen Grün, aber ausschliesslich mit englischsprachiger Beschriftung. Es war der blaue internationale Polizist dabei. Im Jahr 1984 wurde der LKW erneuert. Er bekam einen Aufkleberbogen in vier unterschiedlichen Sprachen. Auf dem Polizist konnte man die deutschen Polizeisterne aufkleben. Im Jahr 86 schliesslich wurde das Polizeiauto noch einmal erneuert. Die Schrift wurde gebogen. Gleichzeitig gab es auch noch ein internationales Polizeiauto, das vor allem für den amerikanischen Markt gemacht war. So schaut es jedenfalls aus. Und auch die Polizisten. Das zweite Auto, das 1976 herauskam, war das Vorausfahrzeug der Feuerwehr. Mit dem Feuerwehrkommandant mit seinem typischen goldenen Helm. Ausschliesslich mit englischer Beschriftung. Dieses Fahrzeug war auch nur relativ kurz, bis 1979 im Sortiment. Das dritte Fahrzeug von 1976 war der Notarztwagen. Hier sehen wir zwei unterschiedliche Möglichkeiten, die Sticker anzubringen. Die deutschsprachige Aufschrift Notarzt ging natürlich nur für Deutschland gut. Der Stickerbogen enthielt dann noch rote Kreuze, damit man ein neutrales internationales Fahrzeug machen konnte. Der dritte BKW war das Bannenauto. Auch das Bannenauto hatte einen deutschen Aufkleberbogen für die ADAC Strassenwacht. Der Aufkleberbogen hatte aber noch einen internationalen Anteil, der aber nicht bei allen dabei war. Hier wahrscheinlich ein älterer Aufkleberbogen nur in Deutsch. Und später gab es wahrscheinlich auch die internationalen Aufkleber für Automobilservice, weil es den ADAC ja nur in Deutschland gab. Beim grünen Abschlepper von 1978 war ein Bosch Werkstattwagen dabei. Das Besondere an diesem Werkstattwagen sind die Räder. Es sind noch Prototypen von Rädern mit weißer Felge und die Reifen sind keine Gummireifen, sondern die sind von härteren Kunststoff. Deshalb denke ich, dass dieses Auto im November 1978 das erste war, da es mit weißen Felgen herausgebracht wurde. Das dritte Auto von 77 war der blaue BKW mit Gepäcksträger. Dieser blaue BKW wurde im Jahr 1980 noch als Color LKW herausgebracht zum Anmalen mit Filzstiften. Im Jahr 1979 gab es ein Sonderset Wintersport, ein orange BKW mit einem Skiträger und im Jahr 1983 hatte der Windsurfer auch einen Träger für das Surfbrett, das man auf dem Auto montieren konnte. Ein weiteres Auto, das herauskam, war das Rallye-Auto von 1980. Es hatte einen Front-Spoiler mit Scheinwerfern und es hatte die erklärten Öffnungen für den Überrollbügel. Hier habe ich einen falschen, der richtige müsste orange gewesen sein und es war auf den Rücksitzen eine Hutablage eingebaut, die die Batterie und den Werkzeugkasten aufnehmen konnte. Man sieht hier die Version 2 des Fahrzeuges noch mit dem kleinen Loch und ohne Funkantenne. Der Rallye LKW kam 1986 nochmal gemeinsam mit der internationalen Version des roten Abschleppers heraus. Er hatte hier eine graue Farbe, ungefähr von diesem Grau. Der LKW selbst ist stark vergilbt, den müsste ich nochmal mit Wasserstoff reinigen. Man sieht, dass die schwarzen Dächer von der Polizei und von diesem LKW glatt und nicht raus sind. Der neueste LKW, der herauskam, war die Neuauflage des Rallye LKWs von 1993. Dieser war bis 1995 im Sortiment, das heißt der LKW, der es am längsten in der alten Form im Sortiment ausgehalten hatte. Dieser war von der Rallye Paris-Dakar und die Fahrer Schwarz und Madison, die haben sogar gewonnen, denke ich. Jetzt kommen wir zum letzten Teil meines Videos. Zu den Kleinbussen. Genauso wie die BKWs kamen die Kleinbusse im Jahr 1977 heraus. Zuerst drei unterschiedliche Polizei, Krankenwagen und Flughafenbus. Der Unterbau war bei den Bussen gleich. Das Dach gab es in drei Formen. Krankenwagen, Camper und Schulbus. Es ist aber interessant, dass die Innenausstattung bei jedem Bus anders ist. Hier sehen wir den Polizeibus. Der ist ähnlich wie der Camper, aber ohne Herd und Waschbecken. Beim Krankenwagen haben wir die Aufnahme für die Liege. Der Polizeibus war ausschliesslich mit englischsprachigen Beschriftungen. Er hatte aber den deutschen Polizeistern. Hier sehen wir auf der Verpackung, dass anfänglich sogar der bayerische Polizeistern geplant war. Hier sehen wir den selben Bus mit Gummireifen. Der Krankenwagen hatte anfänglich nur Ambulanzaufkleber. Später gab es zur Wahl noch Aufkleber vom Malteser Hilfsdienst. Immer im selben Set. Der dritte Lkw von 1977 war der Flughafenbus. Er hatte innen drinnen Sitzbänke, die längs angeordnet waren und für acht Personen Platz boten. Interessant war 1977 der Postbus, der fahrbare Postschalter mit einem Postbeamten und vielen kleinen Briefen, kleinen Paketen und mit vier Koffern. Und es waren auch vier Busstempel dabei. Kommen wir jetzt zum Camper im Jahr 1979. Ich komme hier nicht ganz hin, deshalb zeige ich hier, wie der Camper aufgebaut ist. Er hatte einen abnehmbaren Gepäcksträger, denselben von PKW. Darunter gibt es noch eine Ablagemöglichkeit für Koffer. Das Dach kann in zwei Teilen abgenommen werden. Zuerst der obere Teil. Damit kann man den Camper schon gut bespielen. Es gibt drei Plätze, drei Schlafplätze für Matratzen. Dieser Teil kann auch abgenommen werden. Und hier sieht man, dass die Innenanrichtung genau ist wie vom Polizeibus, nur mit Herd und Waschbecken. Dieser Camper kam im Jahr 1979 heraus, hatte also von Anfang an nur Gummibereifung. Er hatte sehr viel Zubehör, Tischstühle, Liegestuhl, Sonnenschirben, Grill, viel Geschirr, Einkaufstasche. Im Jahr 1987 wurde der Camper mit derselben Artikelnummer nochmal in einer blauen Form erneuert, als Globetrotter Camper. Und im Jahr 1990 wurde der Camper dann nochmal neu herausgebracht in gelber Farbe. Im Jahr 1979 haben wir einen weiteren neuen Kleinbus. Es ist der Fernsehübertragungswagen mit einer Hebebühne für den Kameramann. Im Bus selbst gab es dann zwei Schnittpulte, um die Filme vorzubereiten. Dieser Übertragungswagen kam später auch nochmal mit Regisseur und mit einer etwas dickeren Schrift heraus. Der Schulbus ist 1982 herausgekommen. Ich habe ihn auch als Kind bekommen. Interessant am Schulbus waren waren die vielen Aufkleber in den vielen unterschiedlichen Landessprachen. Besonders interessant ist, es gibt ja alle möglichen Kennzeichen, aber der Schulbus ist das einzige Playmobil-Fahrzeug mit einem alten österreichischen Kennzeichen. Die waren ja damals, Beginn der 80er Jahre, noch schwarz. Hier ist das Kennzeichen zum Beispiel von Wien. Den Schulbus gab es 86 und 91, auch in einer US-Version. Das Besondere an der US-Version, es ist der einzige Kleinbus mit einem anderen Unterbau. Es sind hier Sitze mit Nackenstützen. Die gibt es sonst nicht. Natürlich, die Innenausstattung ist wieder anders als beim deutschen Kleinbus und das Dach ist unverändert gleich. Jetzt wäre ich am Ende mit meiner Übersicht über die Fahrzeuge. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir ein Like und wenn ihr euch für weitere Videos von altem Playmobil interessiert, dann lasst ein Abo da und ihr werdet informiert, wenn es die nächste Woche wieder ein Video gibt. Für nächsten Freitag bereite ich die klassische Westernstadt von 1976 vor. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.